wir chillen hier und ich hab einfach ein bisschen was von meinem finger scheiße abgeknibbelt dann dachte ich mir ich spuck das mal lieber ins gebüsch und spuck ich das hier rein und was finde ich hier mama papa kam agra vier tabletten papa hier vier viagra tabletten im gebüsch ja deswegen gleich vier auf einmal ja kam agra das wegen mir so schlecht nicht vom bierchen sondern von den vier tabletten wie lustig was liegt denn hier noch so drin eigentlich mal weiter gucken also dazu habe ich die anekdote vom arbeitskollegen ja bitte weißt du jetzt warum wir das haben so angebaut ich guck mal auf der packung da steht drauf drauf und wenn man sagt e-potenz dann guckt er sich diese mal wette geil endlich ruhe endlich ruhe das ist ja abgeklärt der arbeitskollegen endlich ruhe ja papa was sagst du bist doch überlegen was die tabletten am buch machen also ich sage mal mit einem päckchen viagra sind 50 stück drin ich komme locker so drei bis vier bock damit aus ellie wiederhol das bitte du meinst gerade wie bei dem elefanten ich glaube ich habe es irgendwo auf video